Yes, es geht direkt weiter. Wie angekündigt. Ähm, tja. Nochmal, Volt Catfish. Du bist jetzt so lange dran, bis ich besiegt habe. Nein, du bist so lange dran, bis ich darauf gefunden habe, dass Eis doch nicht deine Schwäche ist. Aber ich hoffe es einfach mal. Und wenn die alte Mega-Main-1-Manier beigehalten wurde, Volt Catfish, dann ist, ähm, das deine Schwäche. Dann hat das gefälligst, deine Schwäche zu sein. Warum auch immer Elektro gegen Eis sehr effektiv sein, verdammt, gegen Eis, äh, ne Moment, warum Eis auch immer gegen Elektro effektiv ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Leider ergibt das, ergibt das sowieso alles keine, meistens jedenfalls keine Logik mehr mit dem, ähm, ah, toll. Meistens mit den Schwächen. Schade eigentlich. Boah! Was zur Hölle? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat, oder hat nicht irgendein... Okay, 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 gut. Boah, das Level... Oh, man. Die Gegner hier vernichten sich mit dem Einschlag. Ich brauch schnell eine tolle Rüstung oder so'n Scheiß. Ein Herzding hab ich ja jetzt. Geht das nochmal weg? Danke. Juhu. So, ähm... Genau, jetzt fahr ich nicht nach oben, um mir den Herz... äh, Container zu holen. Den hab ich ja jetzt schon. Haha. Oh Gott, alles schießt, ja, weil Strom... Das Level ist mehr Elektrizität, als Sparkman Drill jemals hatte in seiner ganzen Stage. Wir fahren mit dem Fahrstuhl, wir fahren mit dem Fahrstuhl, wir gehen schon wieder höher. Ach, das war bestimmt ein Fehler. Komm, sag, das war ein Fehler. Hm. Es wird etwas angezeigt, wenn ich draufgehe. Gut. Dann eben nicht. Kriegen wir bestimmt später noch was zu. Oh, 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 oh. Oh, es geht nach draußen. Es geht nach draußen. Hier gibt's so viele Gegner, die so viel aushalten oder Unzerstörer sind. Ein Zwischenboss. Ein Zwischenboss. Was kommt? Ein gar nichts. Kann sein, dass diese... Abgrenzungen einfach nur die Mitte des Levels anzeigen sollen. Und kein Zwischenboss. Wenn ja, dann verwirrt mich das aber trotzdem. Das sieht so aus, als könnte man da nicht hoch. Okay, gut. Äh, lalala, lalala, lalala. Ich find die Musik aber irgendwie cool in diesem Spiel. So, das geht doch irgendwie. Irgendwo muss man da was machen können. Ah. Egal, egal. Von mir aus dann gut. Bäh. Und jetzt fall ich hier durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte. Und hier sind wieder diese komischen Elektro-Dinger, die nicht direkt kaputt gehen, die einfach nur ihre Kanonen verlieren, um uns dann mit genau dem zu schocken. Schocken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist okay. Ich mag diese Abgrenzungsdinger nicht. Die mit dem Strom da halt quasi. Ne? So. Yes. Er füllt uns auf. Er füllt uns auch auf. So, so. Ähm. War klar. Ich hab so das Gefühl, dass ich getroffen werde. Wer wettet mit mir, dass ich getroffen werde? Ein Euro? Zwei? Na, egal. Um die Erde! Oh, okay. Wer hat gedacht, ich werde getroffen? Der schreibt mir bitte eine PN mit dem Titel. Nein, der schreibt mir keine PN. Wer gewettet hätte, dass ich getroffen werde, der schreibt mir bitte einen Kommentar, in dem es steht. Äh. Captain Awesome. Captain Awesome. Captain Awesome. Ach, warte mal. Endgegner. Juhu! Endgegner! Ähm. Gut. Eis. Eis. Deine Schwäche wird Eis sein. Alte Mega Man 1. Äh. Mega Man X1-Manier. Yes, komm her. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Es hat keine Wirkung. Es war natürlich klar. Äh. Das sind Mega Man X1. Es muss natürlich nicht im dritten Teil aufzusehen. Wie komme ich darauf? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Kann ich ihm ausweichen? Gut. 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 Ähm. Ähm. Der Katzenfisch meint es ernst. Gut. Katzenfisch. 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 Gut. Da klingt jetzt direkt erstmal ein voll auf glasen X-Battreim. Na gut. Er nimmt nicht. Jetzt springt er mal am Anfang. Das wollte ich mir vielleicht merken. Ah. Gott. Oh Gott. Okay. Ey, der. Oh Gott. Ich muss da irgendwie über von dem Scheiß ausweichen können. Ja, aber wenn er nur das macht, ist das cool. Dann könnte ich ihn vielleicht sogar besiegen. Ah. Verdammte Scheiße. Ach, verdammte Scheiße. Ach, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wow, 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 wow. Funkenregen. Feuerwerk. Oh, ich stehe nicht auf Feuerwerk. Also jetzt nicht. Zu dieser Jahre Zeit. Oh mein Gott. Dann ist er auch noch ungesieker, wenn er das macht. Oh Gott. Ist das ein... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, dem kann ich nicht ausweichen. Leute, dem kann ich nicht ausweichen. Kann man denn irgendwie ausweichen? Wenn ja, sagt es mir. Da unten vielleicht. Ah, okay. Okay, letzter Versuch, aber ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich habe eine Idee. So, jetzt werde ich ihm erstmal, den Typen am Anfang erstmal direkt austricksen. Gut, das muss jetzt klappen. Bam. Yay. Oh nein. Gott. Ich hasse es, wenn er das macht. Okay. Nein. Oh Gott. Ich kann dem noch nicht ausweichen. Dem bin ich noch nicht gewachsen. Verdammt. Hör auf, was zu machen. Er hat es gehört. So, jetzt stelle ich mich ganz klar daran. Oh, ganz klar. Okay. Es klappt. Oh Gott. Das macht er auch noch. Okay, Moment. Oh Gott. Scheiße. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Das hat einen bestimmten Rhythmus. Oh Gott. Komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Das wird sehr knapp. Ich mag den Katzenfisch nicht. Ich mag den Katzenfisch nicht. Okay. Der war es nicht. Das war es nicht. Gut. Das war es nicht. Ich mag sich nicht. Ich mag das nicht. Oh Gott. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht. Ich mag das nicht.